und ach du scheiße jetzt habe ich diesen scheiß loren schon wieder also ich glaube was 1 1 steht fest ich muss glaube offline das lager weiterbauen oder vergrößern ich glaube das ist das einzige was ich glaub mache aber ihr seht ja selber wie viel äh ich sag mal scheiße wir eigentlich bekommen ich mein bogen weggeworfen aua 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 au fuk scheiße ich hab keinen bogen nein nein weg 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 oh gott oh gott raus hier raus hier weg 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 von hier oh 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 scheiße mama weg 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 Spannend ist schon eigentlich Fertig interessant wirklich in meinem ganzen Leben nicht gedacht es sind ja n soweit ich ja glaube ich gelesen habe sind es ja achten 68 um 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 68 Mots Klau hat sie weiß nicht ob ich mich vor der Produktion aber ich glaube es waren 68 Mots weiter geht's wo ist der wo ist der Spaß mein Bogen hat der Spaß jetzt mein Bogen okay wo ist denn die hin haben die sich jetzt verschanzt oder bin ich dumm okay also wenn der jetzt mein Bogen hatte hier war ja auch noch was drin gut zu wissen jetzt hat der mein jetzt hat der mein Bogen ich glaube es ja nicht deshalb sag ich mir sag ich ja das ist mir hier irgendwie so ruhig das ist mir ja hier ein bisschen arg ruhig was ist denn passiert könnt ihr mir das mal sagen und das sind die jetzt hier unten äh hier unten äh hä also ne hier 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 sind alle weg ich hab mein Bogen wieder boah boah Leute ich kann euch sagen wie froh ich bin ich bin echt froh den wieder zu haben jetzt schmeiß ich mal hier die ganze Scheiße weg okay ich höre hier ein Enderman ich höre hier ich war da unten glaube ich noch nicht ne oh das ist die scheiß Lawn für was ich jetzt aber immer brauche Kaktus Klaus oh das ist ich glaube gut habe ich irgendwas zum reintun so äh hier war ich auch noch nicht obwohl hier Fackeln brennen wie geht das ist eine goldene Karotte so kann man natürlich sich auch die Kohle fahren OER wo wo habe ich was sehe ich ja noch was warte z escola und keinezan clipping smoothie für das braucht man die scheiße eigentlich nicht in die kiste Prozent okay mir passt nicht rein ich bin jetzt kann wirklich sehr spaßig mit dem Platz weil sonst habe ich einfach wenn das Backpack voll war, habe ich es sonst immer neu genommen wo sind wir denn jetzt okay, jetzt sind wir hier jetzt sind wir hier unten da ist einfach ein Loch das stellen damit weg okay, ich glaube da gehe ich nachher hin mit dem Zombie mit dem scheiß Kokopedia war nicht deine Hand stützt so, 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 so ganz oben waren wir ja schon äh, hier schon was freue ich nicht weiß ich nicht für was es ist goldene Feder brauche ich da kommt was da kommt was der Mann schild bei den Niemann so ist Staff brauche ich äh, ja, kann ich auch mal mitnehmen äh, doch das hat Platz das hat alles kein Platz okay, was ist denn das hier noch Diamant, ähm, äh, Diamantschwert kann man immer gebrauchen oh, was ist denn das? Craver, was macht man denn mit dem? ah, da jawohl, Big Light Blue jawohl, das nächste Backpack so sieht es aus da muss man denn hier okay okay wo sind wir denn hier? ach, du sch-braue ich nicht auch überwohlen ruhig nach solchen aufnehmen das geht alles nicht rein ich freue mich doch das geht rein ein wenig so jungen Leute sieht aus wie ein Diamant Schmerz ich weiß nicht was ihr habt aber für mich sieht das wie ein ja wie in Ironsport aber gut das ist euer Spiel also ich kann dazu echt nix sagen wenn ihr das so wollt dann wollt ihr das so was hatte ich da ich hatte da Essen ich hab kein Essen mehr ich nehme dann einfach mal Karotten habe ich dann plus 3 nehme ich einfach mal das da